Ich habe für fünf Jahre diese Kamera bekommen, für meinen Geburtstag. Ich habe lange gewünscht, ich wollte so gerne Filme machen mit den Inselkindern. Und dafür war ich ganz froh. Da ist ganz klein und man kann mitnehmen überall. Und da ist auch Rüstiger, sage ich Ihnen, Dennis. Und ganz einfach, also natürlich nimmt man diese ab und guckt in die Gläser und hier sitzt ein roten Knapp, wo man drückt. Was macht man damit? Und das Anfangen der Film. Und wenn der Film ist fertig, dann kann man wieder drücken. Ganz einfach. Und die Film ist natürlich besser, wenn man draußen im Tag filmt. Abends, da kann man auch mit der Lampe drücken. Gibt es eine Lampe? Ja, also ja, wo ist mehr Helles. Ah ja. Ja. Aber trotzdem, wollte ich sagen, draußen ist der Beste. Mit einem Schiff, da kann ich auch filmen. Und da ist kein Wackel, da wundert mich. Alles ist so ganz ruhig. Auch wenn wir mit dem Auto fahren, da kann ich auch aus dem Fenster filmen. Und auch ganz prima. Aber wahrscheinlich hast du eine ruhige Hand. Wahrscheinlich kannst du die Kamera ganz ruhig halten. Ja, da kann ich natürlich. Da muss ich auch sehen. Aber die Kamera macht das ja nicht alleine. Nee, das stimmt. Na, man, da musst du ja wissen, wenn ich sein. Du weißt, wenn die besoffenen Menschen, die sind halt immer. Jo, jo, jo.